Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem System der dualen Berufsausbildung. Die Berufsausbildung findet in Deutschland an zwei unterschiedlichen Lernorten statt. Als Azubis erlernt ihr das praktische Wissen in eurem Ausbildungsbetrieb und das theoretische Wissen in der Berufsschule. Da beide Lernorte und deren Lerninhalte eng miteinander verknüpft sind und ihr lernen sollt, das theoretische Wissen, welches ihr in der Berufsschule erlernt habt, in der Praxis in eurem Betrieb anzuwenden, nennt man dieses System das duale Berufsausbildungssystem. Im Ausbildungsbetrieb gelten bundeseinheitliche Rechtsvorschriften. Zum einen gilt hier die Verordnung über die Berufsausbildung für Kaufleute für Büromanagement vom 11. Dezember 2013, aber auch das Berufsausbildungsgesetz. Euch werden in der Berufsschule berufsbezogene, aber auch berufsübergreifende Lerninhalte vermittelt. Die rechtliche Grundlage bieten hierfür der Rahmenlehrplan und die Richtlinien bzw. die Lehrpläne der Kultusminister der Länder. Ladet euch gerne einmal die Vorschriften herunter und verschafft euch einen Überblick über diese. Des Weiteren ist euer Ausbildungsberuf nach Lernfeldern gegliedert. Die Übersicht bietet 13 unterschiedliche Lernfelder. Lernfeld 1. Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und den Betrieb präsentieren. Lernfeld 2. Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren. Lernfeld 3. Aufträge bearbeiten. Lernfeld 4. Sachgüter und Dienstleistungen beschaffen und Verträge schließen. Lernfeld 5. Kunden akquirieren und binden. Lernfeld 6. Werteströme erfassen und beurteilen. Lernfeld 7. Gesprächssituation gestalten. Lernfeld 8. Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen. Lernfeld 9. Liquidität sichern und Finanzierung vorbereiten. Lernfeld 10. Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern. Lernfeld 11. Geschäftsprozesse darstellen und optimieren. Lernfeld 12. Veranstaltungen und Geschäftsreisen organisieren. Lernfeld 13. Ein Projekt planen und durchführen. All diese Lernfelder werdet ihr bundeseinheitlich erlernen. Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich euer Berufsschulunterricht gestalten kann. Zum einen gibt es die Teilzeitform, zum anderen den Blockunterricht. Im Teilzeitunterricht besucht ihr die Berufsschule an zwei Tagen in der Woche. An den anderen Arbeitstagen der Woche seid ihr im Ausbildungsbetrieb. Im Blockunterricht besucht ihr die Berufsschule über einen längeren Zeitraum und arbeitet anschließend im Ausbildungsbetrieb. Es kann also zum Beispiel sein, dass ihr drei Monate Berufsschulunterricht am Stück habt und danach neun Monate am Stück im Ausbildungsbetrieb arbeitet. Ihr erhaltet nach erfolgreichem Besuch der Berufsschule am Ende der Ausbildung ein Abschlusszeugnis der Berufsschule. Unter einem erfolgreichen Abschluss versteht man hierbei, dass ihr in allen Berufsschulfächern mindestens mit ausreichenden Leistungen, also einer 4, überzeugen müsst. Ihr dürft jedoch in einem einzigen Fach eine mangelhafte Leistung, also eine 5, haben. Alle Noten der Berufsschulfächer werden zu einer Gesamtnote für die Berufsschulabschlussnote zusammengefasst. Ob ihr berufsschulpflichtig seid, wird durch die Kultusminister der Länder geregelt. Eure betriebliche Ausbildung wird durch den Ausbildungsbetrieb finanziert. Eure schulische Ausbildung finanzieren die Schulträger und Länder. Euer Ausbildungsbetrieb und eure Berufsschule haben das gemeinsame Ziel, euch die Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die zum Erreichen des Ausbildungsziels benötigt werden. Die Einhaltung dieses Ziels wird auch überwacht. Für die Überwachung der betrieblichen Ausbildung sind die Kammern zuständig. Hast du also das Gefühl, dass du in deinem Betrieb nicht richtig ausgebildet wirst, ist die Kammer also dein rechtlicher Ansprechpartner. Für die Überwachung der schulischen Ausbildung ist die Schulaufsicht der Kultusminister der Länder zuständig. Ich kenne selbst das Gefühl, wenn man in seinem Ausbildungsbetrieb nicht richtig ausgebildet wird. Da ich mich damit nicht zufrieden gegeben habe, habe ich meinen Ausbildungsbetrieb damals sogar gewechselt. Wenn du also eine unabhängige Meinung oder Hilfe zu einem Problem in deinem Ausbildungsbetrieb oder deiner Berufsschule wünschst, biete ich dir sehr gerne ein Beratungsgespräch hierfür an. Dies ist natürlich kostenlos. Ich werde dich dann dabei unterstützen, dass du wieder zufrieden in deiner Ausbildung bist. Wende dich hierzu gerne auf Instagram unter youngstar-ug an mich oder sende mir eine WhatsApp an 0160 937 50 967. So, liebe Azubis, wie ihr seht, ist das System der dualen Berufsausbildung sehr umfangreich, aber gar nicht so schwer zu verstehen. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.